Glaub ich nicht. Du wirst schon mit so weit gefahren. Hattest du keinen Spaß dran? Na klar. Ich hab noch deinen Brioche. Der Schokodienst ist ausgetrunken. Ja. Digga, geh mal runter von den Rollen. Sophia. Gehst du jetzt runter von dem Ding? Ja. So, jetzt kannst du doch so einen Gull einmal bringen. Was? Das, was da liegt. Uff. Ja. 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 Ja.